ARD Text im Auftrag von Funk Kommen wir fighten? Gott, wir sind drei Leute. Egal. Egal, ich bin Garen. Ich silence sie einfach. Junge, wir können drei, wir können vier Leute nehmen, ist gar kein... Die Frage ist nicht wie viele, sondern trauen sie sich. Wow wow wow, als erstes mal Red, was zum Teufel ist das für eine Reichweite? Zeig uns mal, Amu, bist du fucking retarded? Überhaupt. Ah, das war natürlich ein Fehler. Let's see the change is here, Junge. Wollen wir um so outplay? Du willst doch ein Video machen, oder? Ja. Jaja, aber ist halt dann so eins, das ist voll editiert oder sowas. Was, natürlich die Garen Erf Videos kommen. Jedes Mal bei den Erf kommt, versuche ich wenigstens einmal Garen zu bekommen und laden ein Video hoch. Das heißt, Garen Erf, Garen Erf, gleicher Thumpen natürlich immer wieder. Hehehe. Byeiii. Silence! Oh, das ist mein Willen, Alter, der wird jetzt gebumst, watch this. Ich sehe es. Ja, warte mal, ich muss kurz E aufladen. Achtung. Ich mag es, also wenn ich Garen spiele, habe ich es ja eigentlich gern, wenn mein Team richtig heftig reinfeedet. Weil das nicht mehr so lustig wäre. Oh, die stoppen mich gar nicht, wo ist die Security? Hey, Arschloch! Bist du Stress oder was, Junge? Ja. Sai? Ah, Sai? Oh, und das war natürlich ein ganz grober Anfängerfehler, wenn man gegen Garen spielt. Äh, wenn man gegen Garen spielt, sollte man am besten ganz hinten in der Ecke. Weißt du, was lustig ist? Gegen Garen ist man nicht mal ganz hinten in der Ecke vom Fountain sicher. Wir etipeten sich da auf den Rockland Tower, wir möchten da gedivet werden dieses Mal. Lissandra? Komm, Lissandra, ich fick dir, was du brauchst. Braucht eigentlich gar nicht pushen. Woher ist der Panther, Boy? Da ist der Panther. Belastend. 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 Das Game war ein bisschen zu einfach. Ein bisschen, ja. Haha! APM? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was heißt das? Ich hab 466 APM. Actions per Minute heißt APM. Ah. Irgendwas per Minute, aber was soll A sein? Hey, guck mal, ich hab, wenn der mich mal dazu. Oder? Hab ich das? Ich glaub, ganz grad nur. Yo Ge... Person... Ne, das war sogar mehr. Your Match. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hab... Meine APM ist aus der Skala raus. Deswegen steht da Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hab 2470 mal E gedrückt in den Minuten, die wir gespielt haben. Meine APM ist aus der Skala raus. Deswegen steht da Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hab 2470 mal E gedrückt in den Minuten, die wir gespielt haben. Bis zum nächsten Mal.